Toto hat sich in Europa nicht nur einen Namen mit Washlet gemacht. Toto hat sich besonders einen Namen mit dem Tornado-Flash und der Randlosigkeit gemacht. Weil Toto Tornado-Flash bedeutet absolute Reinigung im Innenbereich. Die C4-Untec Oberfläche bedeutet, wir haben ein Glas über die Glasur gezogen. Das heißt, wir sind so glatt, dass man uns am besten mit einem Glasreiniger reinigt. Und die Tornado-Flash-Technologie bedeutet letztendlich, dass dort wirklich alles auch weggespült wird. Und da hat sich Toto in den letzten zehn Jahren den absoluten Namen gemacht. Mit den neuen WCs RP und SP sind wir auch in einen günstigen Preisbereich gekommen, wo wir gleichzeitig das gesamte Design nochmal überarbeitet haben und uns heute in der europäischen Liga auch im Design-Bereich absolut wohlfühlen. Der Design-Bereich, das kündete sich schon 2017 an. 25 Designer aus Japan haben auf der ISH in Frankfurt das Design der Europäer analysiert und natürlich hat Toto sein eigenes Design entwickelt. Aber Slimline ist heute ein Motto, das überall hier in den Messegängen repräsentiert wird. Und Toto passt sich natürlich diesem Geschmack ebenfalls ein mit eigenen stilistischen Bewertungen der einzelnen Bereiche.